Er konnte sich mehr zeigen und schaffte schließlich den Durchbruch. Rüdi fuhr zusammen mit Männern wie Fond de Wolf aus Willebruck, André van den Steen aus Wetterin, der bereits mit 23 Jahren verstarb, und Paul de Kaiser aus Arschord. Als Jugendlicher und Nicht-Profi gewann Rüdi insgesamt 47 Rennen. Sieben unter den Frischlingen, drei im Jahr 1970 und vier im Jahr 1971, 16 bei den Junioren, zwei im Jahr 1971, 10 im Jahr 1972 und vier im Jahr 1973, 24 als Amateur, zwei im Jahr 1973, zehn im Jahr 1974 und zwölf im Jahr 1975. Keine schlechte Ausbeute, wenn man bedenkt, dass es für Rüdi nur eine Freizeitbeschäftigung war. Nachdem ich das Studium abgebrochen hatte, arbeitete ich eine Zeit lang bei meinem Vater und einen Monat lang in der Bank meiner Schwester, aber das war nichts für mich. Und als Radprofi konnte man damals so viel verdienen wie ein normaler Angestellter. Wenn man, wie ich, fast auf dem Sattel eines Rennrades geboren wurde, fiel die Wahl entsprechend leicht. Ich habe es nie bereut, mich für eine Profikarriere entschieden zu haben. Doch bevor ich mich tatsächlich ganz dem Rennradzirkus widmen konnte, lagen noch 15 Monate in der belgischen Armee vor mir. Ich war der einzige Sohn der Familie und deshalb bestand für mich eine Wehrpflicht. Während meines Grundwehrdienstes war ich auf dem Safranberg in der Nähe von Sintröden stationiert. Auf diesem knapp über 80 Meter hohen Hügel befindet sich die Königliche Schule für Unteroffiziere. Tagsüber stand das Studium auf dem Programm, abends ging es in die Kneipen, zumindest galt das für meine Kameraden. Während sie auf dem Lütticher Stehenweg um die Häuser zogen und nach schönen Frauen Ausschau hielten, blieb ich in der Kaserne. Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich wollte Radrennfahrer werden und Erfolg haben.